hallo und willkommen bei einem neuen video von mir diesmal metal helsinger in 4k schauen mal wie es läuft und ein großes kompliment an euch immer mehr schaue meine videos finde ich echt super aber was ich noch besser finden würde wäre daumen nach oben und abo das würde mich echt freuen ok also ich zeige euch doch mal meine grafikkarten einstellung nicht im metal helsinger kann ich nicht viel reden weil die musik so laut ist und ich will sie jetzt auch leise stellen also mit der 6800 xt das jetzt den fps bildschirm an bevor er wieder verschwindet ich hoffe man sieht alles als es jetzt mein benutzer definiert ist das habe ich alles so eingestellt die karte läuft auch ganz stabil also aus der 6800 xt kann man echt viel leistung bringen wenn man richtig übertaktet ich glaube das war's wenn euch das video gefallen sollte ich kann es nicht oft genug sagen dann abo und einen daumen nach oben würde mich echt freuen da legen wir gleich los ich hoffe der fps bildschirm an gewissen gleichen der ist auch mal zu recht genau so hier nochmal die einstellung da muss ich nur überlegen zweifelstunden behalte ich die ich glaube die höllen haben sie nicht noch folgende works habe ich da ist sogar in zweiter stufe schon das eine ist dass es halt da steht jeder das ist der taktmeter nicht unter zwei fallen kann und die taktserien laden sich schneller auf den zwei gehe ich meistens mal ich habe mein equipment da steht in der video beschreibung nur was ich nutze so gehen wir gleich los i know what you're thinking in fact hell was thinking it too you can't lose that bad four times in a row think when it is in your future everyone was starting to think the same thing the unknown is the hell singer so on but what would it mean maybe the unknown takes the throne of the judge maybe worse no one was sure but that memory of mine about her that flash made me sure about one thing the old wasn't gonna be able to ignore us things have gone too far and when things go too far in hell well then it gets complicated i knew the end was coming my orders are to safeguard the hells so i must do the unthinkable now i'll tell you this whoever sent hells out of people never met an angel die was im bildschirm da ich nutze es ist mein thernseam 4k die fps werte die bleiben bestimmt nicht so was kann mir nicht vorstellen es wäre wahnsinn na gut es war jetzt nur video mal schauen das ist dass ich zu ihr daraus aus. Ich hoffe schon, dass wir stabile FPS haben. Ja, mal schauen. Hey. Das verwundere mich jetzt selber. 60 FPS. Wow. Ich sage, die 6800 XT ist echt ein Biest. Das war's für Schallbein. Crazy the judge would call on heaven, right? Thousand hells to marshal and she turns to be over. Desperate. Das war's für Schallbein. Das war's für Schallbein. Das war's für Schallbein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's heavenly Avenger night. Demons and angels on the same side. It was awful. 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 10 Sekunden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020